Laola-Wellen und lautstarker Jubel. Tausende Fans, die ein Foto mit dem Weltmeister wollen. So sieht es aus, wenn Sandro Cortese seinen Heimatsort Bergheim besucht. Weltmeister in der Moto3-Klasse, der dritthöchsten Klasse im Motorradsport. Sein bisher größter Erfolg. Natürlich musste da eine Ehrenrunde her. Auf dem originalen Weltmeister-Bike querdoch Bergheim. Mit dabei waren auch andere Motorsportgrößen. DTM-Fahrer Matthias Ekström, Kunstflugpilot Matthias Dolderer und Freestyle-Motocrosser. Das kam nicht nur bei den Fans gut an.